Moin moin und damit willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und ja damit zu unserem Projekt Minecraft 1.13 das Let's Play, wir gehen gleich mal in Singleplayer, erstellen uns die Let's Play Welt im Survival natürlich, aber wir nehmen mal die Nummer 1 als Map Generator die könnt ihr euch dann selbst nachgenerieren wenn ihr das möchtet ja warum die Nummer 1 das ist die erste Map im Minecraft sozusagen mit dem Seed Nummer 1 und ich glaube das könnte richtig spannend werden das jetzt mal so anzugucken wie das jetzt in der Minecraft 1.13 aussieht die Map die ist ja dann schon wenn man es von der Alpha her sieht uhr 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 alt und ja was mich halt eben jetzt schon mal positiv überrascht ist auf jeden Fall mal dass wir am Meer sind und das möchte ich euch natürlich auch erklären und zwar hatte ich ja vorher schon eine Folge Let's Play Minecraft 1.13 online vielleicht hat das der ein oder andere schon gesehen von euch und ja die habe ich jetzt allerdings offline genommen das liegt daran dass ich dann noch drei weitere Folgen aufgenommen habe Let's Play Minecraft bin aber weiterhin immer nur rumgelaufen und habe nach einem Meer gesucht so wie hier wo wir dann natürlich auch die Features der 1.13 nutzen können ja ich wollte ja unbedingt mich an ein Meer ansiedeln um natürlich auch die Features der 1.13 vollkommen ausnutzen zu können da hinten ist ein Dorf da schwimmen wir erstmal hin da hast du einen Schubel wir haben hier alles auf der Linie das ist ja perfekt wie geht denn das mit dem Schwimmen ähm dann glaube ich zu blöd dafür ähm ja da wird man es dann nämlich jetzt die hier die Map nehmen ähm genau da unten schon Fischchen weil ich hab dann bin da wirklich rumge- wie geht denn das mit dem Schwimmen bitte schön geht jetzt nur um Wasser ich hab irgendetwas drücken mal gucken mal gucken hier naja es leckt wie da ist ja hier 1.13 so wollen wir mal gucken in den Kontrolls äh schwimmen 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 jumpen sneaken sprinten ist eigentlich weil ich denke mal beim movement müsste ja eigentlich auch Dings dabei sein also das Schwimmen so von der Sache her aber äh irgendwie ist es ja nicht so also ich hätte jetzt gedacht halt eben hier auf äh sprinten aber naja dann anscheinend nicht oder ich mach's falsch oder beides ähm ähm ja und zwar ja habe ich deswegen jetzt diese Map angefangen also wollte ich nochmal eine neue Map machen das sieht echt nice aus wie die Umgebung ja mit dem Meer ähm ähm weil ich ganz einfach nicht noch äh äh weitere 50 Folgen darum hergurken wollte bis ich dann halt eben die Map also bis ich dann halt irgendwann mal gefunden habe wonach ich gesucht habe in dem Fall einen Meer hier hat man es jetzt direkt am Spawn das war übrigens totaler Zufall ich habe jetzt gedacht das wäre jetzt die übelst die Kack Map die jetzt hier rauskommt dabei ist die ja voll schön also wir haben hier halt echt eine Premium Welt dahinten mit Dschungel und so weiter und so fort also ist echt schön ja auf jeden Fall ich hoffe mal dass ihr mich soweit verstehen könnt das Konstrukt 8 das ist ein versunkenes Schiff boah nice also gehen wir jetzt erstmal hin das ist ein Schiff ne also Seda da hat sich glaube ich doch gelohnt dass wir jetzt hier nochmal neu angefangen haben ähm ja und von daher fangen wir jetzt da halt ganz einfach hier mit dem Let's Play nochmal neu an genau dann geht man tauchen wir mal ab an die Tiefen des Meeres irgendwie ist man langsam geworden beim Tauchen also langsam mehr muss man dazu sagen und für die auch schneller die Luftbläschen was denn da los? ah wenn man sneak dann ist man auch schneller wenn ich sneak dann bin ich auch schneller ohne hm also mache ich mich sozusagen schwer das ist ja schön das ist echt gut gemacht ich glaube ich sollte mich aber mal nach oben bewegen das schaffe ich jetzt ohne Werkzeug irgendwie nicht ähm achso was ihr vergessen habt ne normal wir machen wieder hart so und zack und zack damit kann man das natürlich nicht mehr ändern ist ja logisch und ja so dann möchte ich natürlich auch nochmal auf das Gesprächsthema eingehen was ich in der äh im anderen Let's Play also in der ersten Folge des alten Let's Plays sozusagen auch gehabt habe äh Slack natürlich ich glaube darüber habe ich auch gesprochen ähm aber das ist jetzt nicht der springende Punkt sondern hoppla wir holen uns mal hier das Weizenkunde die Videolänge also ich hatte dort ja dann gesagt äh Videolänge ich pflanze das hier mal wieder nach wir sind jetzt hier ja in der Gegend wir holen uns ja dann drüben wieder ansiedeln ähm ja ich habe ja gesagt die Videolänge ich glaube dort wollte ich so ähm ich glaube 25 Minuten hat man da gehabt oder so na ähm das werden wir jetzt hier aber ändern dadurch dass ich jetzt immer abwechselnd alle zwei Tage äh Video bringe von meinen ganzen Formaten und da kommt das Let's Play Minecraft natürlich ähm auch nur mal immer mal dran also sprich wenn es dann halt an der Reihe ist kommt drauf an wie viele Projekte ich habe umso länger ja Projekte ich halt ganz einfach habe und so länger dauert das das habe ich jetzt dadurch gemacht das Dorf ist ja doch noch recht riesig kommt man schmiede ich wird ja weich äh das habe ich jetzt da halt ganz einfach so gemacht äh daher das mit den kompletten Aufnehmen jetzt nicht noch nicht so geklappt hatte nachdem ich halt eben wieder angefangen habe ich habe gedacht ja gut ein tägliches Video da schaffst du da machst du dann halt überwiegend Let's Plays ne ähm ja und damit habe ich dann einfach nicht mit einberechnet dass ich jetzt natürlich auch auf Arbeit ähm recht viel mit einbezogen bin oder werde momentan und dementsprechend natürlich nicht unbedingt die größte Zeit habe ähm noch nebenbei irgendwie was zu machen und ja wenn ich mir natürlich dann aber die Arbeit von einem Tag also sprich Video aufnehmen rendern hochladen ähm verlege auf zwei Tage oh Pferderüstung ist ja gängig zwei Stück sogar Eisen da werde ich ja weich ey ne ich mir aber natürlich die Arbeit von zwei Tagen also sprich heute nehme ich es auf morgen schneide und render ich es und lade es hoch das seht ihr das auch das kommt ja gleich morgen raus das Video hier das will ich auch dazu gesagt haben ähm mal gucken vielleicht finden wir ja mal irgendwo Schafe das wäre interessant äh damit wir uns natürlich ein Battle bauen können ja also ich will das Video das Video kommt ja dann halt schon morgen raus und ja so kann ich das natürlich alles besser planen also an einem Tag kann ich es aufnehmen am anderen Tag kann ich es schneiden und hochladen und das ist ganz einfach der Plan dabei weil da bin ich halt irgendwie nicht hinterher gekommen ich habe immer nur eins geschafft ich habe immer äh aufgenommen 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 aber ich habe es nie hingekriegt irgendwo mal ein Video ähm ja hochzuladen oder halt auch generell zu schneiden und das war halt ganz einfach mein Problem so aber jetzt mal auf das Grundthema zu kommen äh Slag natürlich ähm hier ist eine Höhle da kann man ja dann auch mal reingehen also ich glaube wir haben hier nichts falsch gemacht mit der Map ne ja also überhaupt nichts da ist ein Schäfle so das gibt uns sogar schon gleich mal drei Wolle das ist auch in Ordnung ja auf jeden Fall ähm ähm was wollte ich sagen Vorgetten Achso ja, auf jeden Fall die Folgenlänge eines Videos würde immer 20 Minuten sein Das kommt natürlich davon dass das Let's Play natürlich auch immer relativ selten kommt Ich habe zwar lieber die 10 Minuten Folgen, aber das mache ich dann auch eher wenn ich ein Projekt jeden Tag oder jeden zweiten Tag bringe und das ist ja jetzt hier nicht gegeben Das kommt ja immer wenn es halt an der Reihe ist von den Videos her und ja daher 20 Minuten ich denke mal das ist auch ganz in Ordnung Ihr könnt mir natürlich auch wieder in die Kommentare ein paar Kommentarfragen stellen worüber ich reden kann bestimmte Themen und so weiter und so fort Das ist ja natürlich hier mein Laber Let's Play mit dabei und ja, ganz einfach mal Fragen in die Kommentare und dann habe ich im Lachen ein Smiley auf dem Gesicht und ihr bekommt eure Fragen an mich halt eben auch beantwortet und ich denke mal das ist doch ein sauguter Deal, oder? Finde ich auf jeden Fall mal schon Genau so jetzt bauen wir mal schnell hier das Holz ab mal gucken wo steht denn das Sönnele schaffen wir es nochmal wieder zurück auf unsere normale Insel wir können uns halt auch hier am Dorf ansiedeln aber ich würde eigentlich ganz gerne die Villager so unter sich lassen also so alleine ab und an mal kommen das Feld abgrasen das müsste ja glaube ich auch geladen werden wenn wir da drüben bauen weil ich würde ganz gerne drüben am Sporn bauen und wir können uns ja dann hierher ausbauen irgendwann später mal daher laufen wir also schwimmen wir in dem Fall wieder rüber hier geht es auch rein in eine Schlucht oder in eine Höhle wenigstens ja und ich freue mich eigentlich schon ehrlich gesagt sehr darauf dass wir jetzt hier das so gefunden haben ich schwimme mal wieder normal ich komme mit diesem ich weiß nicht wie man da schwimmt ja ich freue mich auf jeden Fall also ich persönlich freue mich halt sehr auf dieses Let's Play ich finde das mega spannend und ja ihr könnt mir mal gerne das auch zeigen wenn es euch gefällt mit einem Like natürlich aber auch mal was in die Kommentare schreiben natürlich auch Kommentarfragen das ist ganz wichtig und ja das hier ist doch hier Spitze für für den für das Ding für das Sam ja ja wenn ich das natürlich nicht vergesst dann mache ich so das Sam wenn nicht naja genau also ich freue mich halt persönlich sehr auf dieses Let's Play und ja natürlich wenn ihr mir Fragen in die Kommentare schreibt die ihr habt wird das Ganze natürlich noch besser und noch mehr bereichert ich glaube da unten ist auch irgendetwas mehr das ist auch interessant und ich denke man zusammen können wir hier auch echt was erreichen und ja vielleicht irgendwann mal wenn ihr mal lust habt auch mal hier dabei zu sein und vielleicht mal für nur 123 folgen ist was mehr da könnte man vielleicht sogar mal sie vielleicht mal die welt dann auf einem server und dann können wir mal vielleicht auch zusammenspielen das könnt ihr mal oben im i abstimmen ob ihr sowas mal sehen wollt also wenn wir dann fortgeschritten sind in den folgen ich sag mal die ersten 20 folgen natürlich hätten uns erstmal hier ein bisschen was aufbauen müssen weil sonst kommen wir hier gar nicht parat genau und danach vielleicht mal dass wenn ihr mal lust habt halt eben mal dass ihr mit ihr in diesem let's play teilhaben könnt also mal einfach mal mitmacht und was passiert wenn ich jetzt das hier so machen kann ich nicht mehr kraften schade also so dass ihr einfach teilhaben könnt natürlich auch nur wenn ihr darauf lust habt das könnt ihr mir ganz einfach mal gerne oben jetzt hier im i abstimmen ob ihr das machen wollt ob ihr da mal dabei sein wollt und ja das würde mich persönlich sehr interessieren und da könnte man vielleicht sogar mal zusammen eine runde mini craft spielen gern das wäre natürlich auch sehr interessant jetzt kann mir wieder mein wasser hoch das war natürlich auch sehr interessant so jetzt hat man hier natürlich viele schafe machen wir uns erst mal eine spitzhacke würde ich sagen womit man jetzt noch mal hier runtergurken kann um hier ein bisschen stein ab das war jetzt natürlich sehr intelligent von dem schafen ab und kann hier kann ich noch heute gehen oder was interessant ich habe dann immer hier auf 1 gedrückt und dann geht das aber irgendwie das jetzt gerade gar nicht haben sie anscheinend rausgetan oder es ist ein bug dass es nicht mehr geht weil es war ja eigentlich eine spielerleichterung na ja muss ich jetzt nicht verstehen so da bauen wir uns jetzt man natürlich hier bissel donis don't stone ab und dann freuen wir uns natürlich ich würde sagen wir machen uns aber mal hier 32 stück damit sollten wir dann natürlich erst mal auf die runden also über die runden kommen und ja das ist natürlich auch sehr gut wenn man damit über die runden kommen und zum stehen ich bin halt immer noch am überlegen wie ich jetzt da anfange baue ich gleich ein haus oder baue ich eher mich erst mal eine hülle ein also wie wir hier einfach beginnen ja das ist denke ich das ist eigentlich so eine frage die ich mir gerade stell hoch mit ihr da bin zu dick so die werkbank nehmen natürlich auch wieder mit da machen wir uns jetzt noch mal ein bisschen ausrüstung also einfach mal eine axt hier würde ich sagen und noch mal eine spitzacke diesmal eine bessere und ja kommt dann machen wir gleich alles hier aus links hier so machen wir uns noch eine schaufel und noch ein schwert aus ist damit hat man gleich alles aus dort das ist in ordnung ach so die nehmen wir natürlich mit das hätte schon fast vergessen muss aber gespürt ich glaube hier drüben irgendwie mal gucken wir uns jetzt schön niederlassen können ich glaube das hier ist eine insel wie das so aussieht da könnte man an sich sogar anfangen da sind wir jetzt schon zentral zwischen der insel und den anderen inseln hier mal gucken dann könnte man es halt echt hier drauf niederlassen da bauen wir uns hier eine kleine super nice hütteln hier ist eine schildkröde leck 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 da sind zwei schildkröden da wird man ja weich hier geht es runter hier ist eine schlucht im wasser oder wie hier ist einfach mal eine schlucht im wasser ist das geil also ich weiß auf jeden fall wo wir uns niederlassen also das steht schon mal fest also hier wie in ruhe ist uns bei dem hier mal gucken die mündet nirgends wohne könnte man sich verbinden so einen schönen kleinen hafenviertel hier drauf bauen also so ein hafen halt am ende na um mal gucken wie man das so machen so na und hier wohnen wir dann drauf können wir uns dann noch eine brücke nach drüben bauen zum beispiel von da hinten oder wir machen hier einfach einen normalen schönen strand ein ort das wäre ja geil also ich habe jetzt so richtig gute ideen hierfür ja so viele ideen die mir gerade im kopf rumschwören natürlich wenn ich hier irgendwann anfangen zu bau da ist das natürlich auch schon wieder alles anders das sind die irgendwie schon wieder ja meine idee natürlich auch verändert weil natürlich schreitet das let's play da fort und damit natürlich auch die zeit so dann gehen wir mal hier hoch ich würde sagen wir bauen jetzt aber erstmal zuckerrohr an für bücher also und mit büchern kann man natürlich dann bücher regale bauen die wir natürlich dann auch später hin schon brauchen das ist ich nenne jetzt schwimme ich hier alles klar ich weiß nicht wie ich das zu bekommen habe aber es hat funktioniert na also ich denke immer schon ein bisschen weiter dass wir uns jetzt schon vielleicht die arbeit erleichtern für später hin und damit ganz einfach hier zuckerrohr fahren das kann man ja schon mal nebenbei immer mal so machen und ja die schildkröten das ist wunderschön also ja und sie hätten es nicht echt besser bekommen können hier ist noch eine ruine die wird man dann in der nächsten folge unter die lupe nehmen so und dahinten da geht es anscheinend dann richtig hart los hier im meer gehen wir nochmal hin dann fahren wir mal schnell mit dem boot raus weil mich würde das halt echt mal schnell noch interessieren ob wir hier auch irgendwo korallen haben mit denen wir dann natürlich auch bauen können deswegen wollte ich ja auch ans meer ich will mit korallen bauen ich möchte die 1.8 features nutzen und ja das ist ja ganz einfach das ziel was ich hier habe dort ist anscheinend ein tempel auch irgendwas unter wasser irdisches das können wir auch noch erkunden ich bin hier halt jetzt echt happy dass man hier nochmal die map angefangen haben und dass man nicht die andere genommen haben das war ja ein totaler flop die andere map und da ist so viel stein und es leckt auch wieder so schön umher also besser kann es natürlich nicht sein da unten sieht es schon wieder aus als wäre da irgendwas also hier dort seht ihr das wo ich da gerade hin zeige ich glaube da ist sogar was da hinten ist auch eine insel hier sind halt viele algen bisher mal gucken irgendwo sieht man das ja ich glaube im deep ocean oder so ist das ist das wo man da hin möchte wo ist das überhaupt ich sehe es ja gar nicht wie sind minecraft deep ocean doch sind wir eigentlich hm ich habe bis jetzt noch keine korallen gesehen müssen uns mal den weg dann zurück merken da ist auch noch mal eine insel oh da sind auch einen schanten blumenwald drauf das ist auch voll in ordnung das können wir uns auch schon mal vormerken ich würde sagen wir fahren jetzt noch mal bis zu der insel und dann gehen wir wieder zurück da hinten da baut sich auch wieder was auf das sieht aus das ist ein unterwasser tempel hier was wir da gefunden haben das ist auch voll in ordnung naja die lecks die sind jetzt noch nicht so schön aber ich glaube die arbeiten beim teil an der 1 13 1 wo sie das verbessern wollen jetzt werde ich natürlich angerufen ich werde mal kurz einen cut machen und gleich noch den rest dran hängen so da sind wir wieder zurück genau hier sind so viele wassertempel wo wir hier voll erforschen können das ist echt nice und ja hier die insel da ist halt echt ein blumenwald drauf das ist auch nicht von schlechten ältern das muss man dazu sagen äh ich finde jetzt zwar noch kein algenwald sozusagen also unterirdischen algenwald nenne ich das jetzt mal aber ich denke mal das wird sich schon noch auffinden lassen wir düsen da jetzt mal zurück ja auch nicht schlecht hier von ja herr specht hm nicht schlecht da hinten könnte halt echt ein algenwald sein fahren wir da nochmal schnell hin mich interessiert es halt ich würde ganz gerne jetzt schon mal wissen wo in dieser welt äh ein gottverdammter algenwald ist boah was fliegt denn hier rum seegürken oder was das ach so ah es leck 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 die fische sind das die fische die essen das ja und das äh item das schwimmt jetzt da oben die fische die essen hier die Algen und wir bekommen das nach hier oben auf die Oberfläche zubetrieben wenn das natürlich jetzt nicht so lecken würde wäre das natürlich auch viel einfacher das irgendwo aufzusammeln gell fische die die essen das und wir bekommen das dann halt nach hier oben aufgetrieben ich weiß gar nicht kann man daraus irgendetwas bauen keine ahnung müsste ich noch mal nachgooglen gehen mal auf wie die baile ja also bei mir kräftigen da hinten ist eine winterlandschaft also wenn dann weihnachten kommt da wirst du auf jeden fall schon mal nur bauen also da hat man sich eine echte winterlandschaft das hätte ich nicht gedacht da bauen wir uns irgendwann mal ein iglo hin also soviel steht da schon mal fest aber ich glaube ich überziehe schon mal die folge wieder ich würde sagen wir machen die heute mal zehn minuten länger weil ja das natürlich die erste folge ist ich will jetzt noch mal schnell hier an land hüpfen so leck 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 bütle bleibt stehen hier ist halt einfach alles auf der gegner also wenn wir jetzt hier noch irgendwo klavium finden würden das wäre natürlich das non plus ultra unter allen sachen die hier überhaupt irgendwo mal gesehen habe auch irgendeiner web also die map ist halt echt gängig ich freue mich hier so ein hagel schnitzel wir können hier halt ich denke mal hier wird es dann wo auch schneiden uns eine kleine innen winterinsel bauen ich glaube das wäre halt eben echt nice hier schön und zu weihnachten dann im dezember bei den folgen warum man halt hier so ein bisschen ein kleines iglo weihnachtsbaum die man schön schmücken und sowas kann man euch das vorstellen ich mir auf jeden fall schon ja so dann gehen wir noch mal hier hoch ich glaube ich entferne mich schon hier zu weit von unserem häusler da hinten ist ein tiger biome und ja weg schlägt hat man auch gerne und das ist doch einfach mal eine schöne aussicht hier also darf gefällt mir das ist schön also leute ihr könnt mir sagen was ihr wollt aber die map hier die ist oberste spitze habe ich mein bett mitgenommen ja nicht dass jetzt dunkel wird und ich kann pennen dort wäre nämlich alle zu schön ich würde sagen wir gehen jetzt aber so langsam zurück wieder mal zu unserer putze daher wir ja nun auch so langsam zum ende der folge kommen ich habe jetzt schon mega überzogen das zuckerrohr lassen wir mal stehen falls man das mal irgendwann brauchen werden ich glaube wir waren dahinten angekommen mit unserem bildler so zack zack da ist sogar kohle das wäre jetzt schon verlockend die noch abzubauen aber ja jetzt ist auch mal schluss irgendwo muss man ja auch mal schlussstrich ziehen das kann man dann in der nächsten folge machen und ja natürlich ist jetzt hoppla es ist jetzt natürlich nicht so schön dass man jetzt noch keine alten gefunden haben also seetank hat man gefunden aber keine alten aber da werden wir uns wohl noch dran halten ich bin da eigentlich gut gemute ist muss ich dazu sagen dass man das noch irgendwo finden ein paar alten erst mal gucken wo jetzt so das ding untergeht da gehen wir mal schnell auf die insel hier dass man schlafen können damit man dann halt eben nicht unbedingt hier in der nacht umher düsen was dann noch mehr rum legt weil wenn es legt dann ja ist nicht so schön weil es ist der gd deck weg so war anbauen beim bauern beim bauern beim bauern beim bauern okay doch geht es zu super zu uns gepasst oder hier sind ein paar dinger da sind auch noch blumen also war leg weg weg wir haben hier halt echt das paradies auf erden gehört besser kann man es nicht haben muss man mal ganz ehrlich so sagen so soll sagt sagt so da hat man dann natürlich jetzt auch wieder unsere putze zum pennen er kann platziert sagt nach schneiden wir erst mal eine runde dort ist natürlich super erst so und jetzt wieder hier hoch also wie gesagt momentan spreche ich halt so ein bisschen was hierüber machen wie begeistert ich bin also ich bin halt echt geflasht von der 1 13 ich habe ja wirklich nur mal kurz reingeguckt dann das von unserem ersten let's play was da gehabt habe habe ich nur mal kurz reingeschaut also die folge die fünf folgen da bin ich ein bisschen mehr gedubbt und habe noch nicht großartig was von dem gesehen was jetzt neu ist ich bin hier halt von der map auf der einen seite total geflasht also total überwältigt das muss ich auch dazu sagen und zur anderen von der 1 13 die hat so viele möglichkeiten auch zu bauen so viele neue features hier fürs wasser ich könnte es mir eigentlich gar nicht besser vorstellen ich bin so hart geflasht so sehr zufrieden da sind so viele seht ihr dass das bereichert so sehr diese minecraft welt und ja da bin ich glücklich drüber dass es umgeändert haben dass nicht erst die 1.13 als das große technik update gemacht haben sondern jetzt die 1 14 das große technik update alles was im hintergrund von minecraft läuft stabiler zu machen das sind autofide das ist echt nice sondern dass jetzt die 1 13 als das große aquatic update gemacht haben das bereichert diese let's play und natürlich auch dieses spiel ungemein auch vor allem das wasser das hat ein dringendes update nötig gehabt das muss ganz einfach mal dazu sagen also mir gefällt es sehr sehr gut ich glaube das konnte man mittlerweile auch schon heraushören so wir sind jetzt aber natürlich wieder an unserer butze angekommen und so langsam wird natürlich auch mal unsere erste folge vom minecraft let's play auf den zapplenke nehmen wir uns ja ich würde sagen wenn es euch gefallen hat dann lasst natürlich auch gerne mal ein like da schreibt mir in die kommentare mal eure fragen und ja bis dahin würde ich sagen bis zum nächsten video auf diesem kanal oder bis zur nächsten minecraft let's play video bis dahin tschüss nun könnt ihr noch links irgendein random video auf meinem kanal anklicken in der mitte könnt ihr mich abonnieren oder rechts könnt ihr mein letztes video anschauen tschüss